Hallo, schön, dass Du da bist und Dir einen Moment Zeit nimmst für Dich und Deine Intuition. Ich bin Franzi, ich bin Mentorin für Intuition und diese Meditation ist genau richtig für Dich, wenn Du gerade durch stürmische Zeiten gehst. Ich nehme Dich mit und mache Dir den Raum auf, dass Du Ruhe und Vertrauen in Dir finden kannst, dass Du Kraft tanken kannst, um nach dieser Meditation gestärkt und mit Zuversicht wieder in Deinen Alltag gehen kannst. Es ist so schön und so wichtig, dass Du Dir jetzt gerade Zeit für Dich nimmst und dabei darf es Dir so richtig gut gehen. Spür deshalb erst einmal in Dein Körper hinein, ob Du mir im Sitzen oder im Liegen lauschen möchtest. Mach es Dir so richtig bequem. Vielleicht tut Dir auch eine Decke und ein Kissen gut. Drück gern noch einmal auf Pause, um den Ort für Dich zu kreieren, der jetzt für Dich genau richtig ist. Und wenn Du dann soweit bist, nimm einen ganz tiefen Atemzug ein und bei der Ausatmung schließe Deine Augen. Nutze die ersten Klänge der Musik, um ganz hier bei Dir anzukommen. Lass Dein Verstand gern alle Gedanken noch schicken, die gerade da sind. Alles darf jetzt genau so sein, wie es sich zeigt. Spür einmal, wie Du hier sitzt oder liegst und dann komm nochmal ganz bewusst hier in dieser Position an. Spüre, wo Dein Körper den Untergrund berührt und lass ihn ganz bewusst hier sitzen oder liegen und schwerer werden. Lass noch einmal Deine Schultern ganz bewusst los. Wenn es Dir gut tut, zieh sie noch einmal ganz aktiv hoch zu den Ohren und lass sie fallen. Löse die Zunge von Deinem Gaumen und leg sie ganz sanft und liebevoll in Deinem Unterkiefer ab. Vielleicht möchtest Du auch Dein Unterkiefer loslassen, schwer werden lassen. Wenn es für Dich passt, darf Dein Mund sich gerne öffnen. Spür einmal, was diese kleinen körperlichen Veränderungen bereits jetzt direkt in Dir auslösen. Dein Körper kann sich mehr entspannen. Und jetzt beginne ganz langsam immer tiefer einzuatmen. Schicke Deine Atmung über Deine Nase oder Deinen Mund durch Deinen Hals in Deine Lungen und weiter tiefer in Deinen Bauch. Ganz in Deinem Rhythmus, ganz in Deinem Tempo und in Deiner Intensität. Lass Deinen Bauch dabei ganz weich werden. Fülle ihn so ganz mit Deiner Einatemluft und lass ihn wieder sinken, wenn Du ausatmest. Bleibe ganz bewusst hier bei Dir und der Atmung. Nutze sie, atme tief ein Richtung Bauch und wieder aus. Und spür, wie Du Dich mit jedem Atemzug mehr und mehr beginnst zu entspannen. Und jetzt mach Dir einmal bewusst, was gerade in Deinem Leben alles los ist. Vielleicht ganz persönliche Themen. Vielleicht Themen, Ängste und Sorgen, die alle um Dich herum, vielleicht sogar das ganze Land, die ganze Welt betreffen. Stell Dir vor, wie Du hier sitzt oder liegst und wie um Dich herum nach und nach all die Themen auftauchen. All die Konflikte, all die Ängste, all die Sorgen, einfach all die Szenen, die Dein Alltag und Dein Leben gerade so richtig durchwirbeln. Und es kann gut sein, dass Du Dich immer unwohler fühlst, immer unruhiger fühlst. Bleib für diesen Moment ganz bewusst hier. Lass es zu, dass es vielleicht turbulenter wird. Immer mehr Bilder und Szenen um Dich herum entstehen. Vielleicht wird es auch immer lauter. Es kann auch gut sein, dass alles beginnt, sich miteinander zu vermischen. Tauch noch einmal ganz bewusst ein in diesen Sturm, in dieses Chaos, während Du hier sitzt oder liegst. Nimm bewusst wahr, was es mit Dir und Deinem Körper, Deinem Herzen, mit Deiner Energie macht. Du bist hier sicher und geborgen. Bleib noch einen Augenblick lang. Und während um Dich herum alles immer intensiver wird, Du einzelne Details siehst, vielleicht auch in Gedanken verfällst. kannst Du auf einmal spüren, dass Du auf einem wunderschönen Teppich sitzt oder liegst. Nimm ihn für einen Augenblick lang wahr, wie weich und wohlig er ist. Und Du spürst, wie dieser Teppich beginnt, mit Dir sanft, aber kraftvoll nach oben zu schweben. Du schwebst immer höher und höher. Alles, was Du um Dich herum wahrgenommen hast, bleibt zurück. Auf der Erde, in Deinem Alltag. Der Teppich bringt Dich höher und höher. Auch wenn Du Dich in Deinem Zimmer befindest, ist es, als wäre über Dir der Himmel. Eine wunderschöne, pastellfarbene Wolkenschicht. Nimm Dir diesen Augenblick Zeit. Spür, wie Du sanft, sicher und liebevoll immer höher steigst. All diese Themen bleiben zurück, schweifen immer mehr in die Ferne. Und in dem Moment, als Du die Wolkenschicht erreichst, fühlt es sich so wohlig und so sanft an. Vielleicht spürst Du ein Kribbeln oder ein Kitzeln auf Deiner Haut. Du gleitest durch diese wunderschönen Farben. Nimm sie wahr, was Du sehen kannst. Du steigst immer höher und höher und lässt nun auch die Wolkendecke hinter Dir. Hier ist es direkt ruhig. Über Dir der weite Himmel. Das Sonnenlicht, was wunderschön warm ist. Vielleicht Farben oder Klänge. Du spürst, dass es hier so unglaublich ruhig ist. Friedlich. Schau Dich einmal um. Genieße diesen Moment, in dem alles andere für einen Augenblick lang unwichtig ist. Die Wolkendecke hält alles von Dir ab, was für so viel Sturm und Chaos in Deinem Leben sorgt. Hier bist nur Du. Du und diese Weite, diese Stille. Mach es Dir auf diesem Teppich noch einmal so richtig gemütlich. Lausche der Musik für einen Augenblick und spür einmal, wie die Sonnenstrahlen wohlig, warm auf Deinen Körper scheinen. Einmal, wie das ist. Und der Weite, diese Stille ist für eine Stille. Du spürst, wie gut das tut. Sanft geborgen versorgt sie dich mit all der Wärme und all der Energie, die du so gut gebrauchen kannst. Lausche weiter der Musik und schau hin, wie das Sonnenlicht beginnt, deinen Körper aufzutanken, wie alles in dir immer mehr und mehr beginnt zu leuchten. Du spürst diese Kraft. Nimmst ganz langsam auch diese Klarheit wahr. Hier, fernab von allem, ist alles gut. Hier fühlst du dich wohl. Hier fühlst du dich sicher. Hier fühlst du dich unendlich geborgen und gehalten. Tauche mehr und mehr ein. Einatme ganz tief ein. Spür, wie sich dieses wohlige Gefühl immer mehr und mehr in allen Zellen in deinem Körper ausbreitet. Das Licht strömt in jedes Organ, in jede deiner Zellen. Es ist, als würdest du leuchten. So erfüllt bist du mit den Sonnenstrahlen und dieser unglaublich nähernden Energie. Lege nun beide deine Hände auf dein Herz. Du kannst sehen, dass es sofort in den allerschönsten Farben strahlt. Hier ist alles möglich. Alles, was du siehst und wahrnimmst, ist genau richtig. Wir sind an dem Ort, jenseits von richtig und falsch. Nutze diesen friedlichen Moment und frage dein Herz, was in deinem Alltag du für dich tun kannst, damit du dieses Gefühl auch in deinem Leben unterhalb der Wolkendecke fühlen kannst. Und dann schau hin oder hör hin oder spür hin, was dein Herz dir jetzt zeigt oder sagt. Schicht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die Kraft! Vertraue dir und vertraue deinem Herzen, dass alles genau richtig ist, so wie es sich jetzt gezeigt hat. Hier oben, in dieser friedlichen Weite, bist du tief mit deinem Unterbewusstsein verbunden. Alles, was du brauchst, strömt in dich ein. Verankert sich in deinem Unterbewusstsein und wird dir im genau richtigen Moment in deinem Alltag einfallen. Wenn du möchtest, nutze diesen Moment und stelle deinem Herzen eine weitere Frage, die dich gerade beschäftigt und lausche der Antwort. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und dann richte deine Aufmerksamkeit noch einmal auf das Sonnenlicht und die Energie um dich herum. Lass sie noch einmal so richtig in dich einströmen, dich komplett erfüllen. Atme tief ein und tief wieder aus. Nimm noch einmal diese friedliche Stille hier wahr. Diese Weite, diese unendliche Geborgenheit. Atme noch einmal tief ein und dann öffne direkt deine Augen. Du bist zurück in deinem Alltag, aber um dich herum ist diese Stille und diese Weite jederzeit möglich. Nutze diese Meditation oder einfach die Vorstellung von dem, was du gerade erlebt hast, immer auch zwischendurch, um in diesen stürmischen und intensiven Zeiten Ruhe in dir selbst zu finden, zu spüren, dass alles gut ist und Kraft zu tanken für alles, was es jetzt braucht. Beobachte so gern, wie lange dieses Gefühl in deinem Alltag anhalten kann. Nutze diese Meditation gerne mehrmals hintereinander und spüre mal, welche Veränderungen das in deinem Alltag macht. Und wenn du dann das Gefühl hast, dass du immer wieder zurückkehrst ins Chaos, in die Krisen, in die stürmische Zeit, dann kann ich dir von ganzem Herzen mein Audiokurs Die Kraft in dir empfehlen und auch den Kurs Balance als Schlüssel für ein erfülltes Leben. Beide helfen dir nochmal viel umfassender und viel tiefgreifender, um durch diese Zeiten zu kommen. Du findest alle wichtigen Links wie immer für dich unter dieser Meditation. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Das war es gut. Vielen Dank.